Wann erscheint die PS5? Wahrscheinlich eine der wichtigsten Fragen innerhalb der Gaming-Branche. Vor kurzem hat Sony tatsächlich erste offizielle Informationen zur PS5 bekannt gegeben und zwar in Form von Mark Surney. Das ist der leitende Systemarchitekt von der PS4 gewesen und jetzt auch von der PS5 und der hat in einem Gespräch mit Riot über die PS5 gesprochen und deshalb gibt es jetzt fünf Fakten zur PS5. Beginnen wir also mit dem möglichen Release der PS5. Wann erscheint die Konsole? Mark Surney hat in diesem Gespräch gesagt, 2019 erscheint definitiv keine PS5-Konsole. Mehr hat er dazu dann auch nicht gesagt. Später gab es dann aber noch ein Statement eines anderen Sony-Verantwortlichen und der meinte, in den nächsten zwölf Monaten gibt es keine Launch einer Next-Gen Playstation. Insofern rechnet man frühestens mit Mai 2020 dass da irgendwann in diesem Zeitraum die PS5 erscheint. Ich glaube aber es ist ein bisschen später und zwar im Herbst, so um November 2020 rum, denn wenn man sich jetzt mal die Veröffentlichungsdaten anguckt von den anderen Konsolen, die PS3 ist im November 2006 veröffentlicht worden, sieben Jahre später. November 2013 dann die PS4 und im November 2020, das wäre der perfekte Veröffentlichungstermin für die PS5, für Sony. Also immer wieder dieser 7-Jahres-Zyklus. Und außerdem ist das Entwickler-Kit jetzt schon längere Zeit herausgegeben an verschiedene Entwickler und das ist auch der Grund dafür, warum Sony sich jetzt dazu entschlossen hat, offizielle Informationen zur PS5 herauszugeben, denn man möchte möglichen Leaks, die wahrscheinlich dann jetzt bald auftauchen, zuvorkommen. Aber noch wichtiger als der Veröffentlichungstermin ist natürlich die Tatsache, beziehungsweise die Frage nach der Hardware, die unter der Haube der PS5 werkelt. Ja und da setzt wohl Sony auf eine Variante der dritten Generation der AMD Ryzen-Serie mit 8 Kernen und 7nm Zen 2 Mikro-Architektur. Bei der Grafikkarte setzt man wohl auf die AMD Radeon Navi-Serie und die unterstützt bis zu 8k Auflösung und außerdem Echtzeit-Raytracing. Dann gibt es wohl sogar noch einen eigenen AMD-Audio-Chip für 3D-Soundumgebung, das heißt für 5.1, 7.1 und der wahrscheinlich wichtigste Punkt, es wird dann endlich in der PS5 ein SSD arbeiten, also als Festplatte, die natürlich viel schneller arbeitet und das ist wahrscheinlich sogar der wichtigste Fakt, dass jetzt einfach endlich eine SSD in der PS5 werkelt. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist natürlich die Rückwärtskompatibilität zu PS4, das heißt, dass ihr PS4-Games dann auch auf der PS5 zocken könnt und das soll auf jeden Fall funktionieren. PSVR, das soll auch funktionieren, das heißt mit dem alten Modell dann auf der PS5 zocken, gar kein Problem. Ob es auch ein neues PSVR-Modell geben wird, das ist noch nicht klar. Aber wie viel wird die PS5 denn jetzt wirklich kosten? Auch das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Frage, weshalb wir sie natürlich versuchen jetzt hier schon mal einigermaßen zu klären, denn ein Analyst ist der Meinung, dass ein AMD Ryzen 3600G in der PS5 verbaut sein soll. Diese CPU soll in der zweiten Hälfte 2019 erscheinen und wohl genau den richtigen Preis haben, damit die PS5 zum Launch 399 US-Dollar kosten wird und das ist genau der Preis der PS4 zum Launch 2013. Laut Zirny glaubt man die Konsole, Zitat, zu einer UVP veröffentlichen zu können, die den Gamern angesichts der fortschrittlichen Features gefallen wird. Es könnte also sein, dass die PS5 sogar teurer als 399 US-Dollar wird. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie viel würdet ihr denn höchstens für die PS5 ausgeben? Wichtig ist aber natürlich auch, dass man sich die Konkurrenz anschaut, denn Microsoft wird in nächster Zeit definitiv auch eine neue Next-Gen-Konsole auf den Markt werfen. Die Xbox 2 bzw. die Xbox Scarlett, da weiß man noch nicht genau, wie die jetzt heißen wird. Wahrscheinlich sind das alles Projektnamen, genau wie Lockhart und Anaconda. Denn Lockhart ist wohl das günstigere Modell von beiden. Ja, es wird zwei wohl geben. Und Anaconda ist dann das Top-Spitzen-Modell. Das ist wohl locker laut Insidern mit der PS5 in Sachen Leistung aufnehmen kann. Zitat, fortgeschrittener, ja, soll die Xbox 2 werden, also Anaconda. Und Zitat, eindeutig das leistungsfähigere Gerät. Tja, da ist natürlich die Frage, ob Microsoft dann wieder die stärkere Konsole veröffentlichen kann. Aber die Frage ist natürlich auch, welche Launch-Titel kommen dann? Zum Beispiel The Last of Us 2 für die PS5. Vielleicht auch ein GTA 6 als Launch-Titel. Da gab es ja einige Leaks einiger Zeit. Aber das wird wahrscheinlich, ja, das ist ein bisschen unrealistisch, dass GTA 6 dann als exklusiv Titel oder als zeitexklusiver Titel für die PS5 erscheint. Erste Infos zu Xbox 2 werden erwartet im Rahmen der E3 2019 in Los Angeles. Da wird Sony dann aber nicht dabei sein, denn die werden in diesem Jahr auf eine Pressekonferenz im Rahmen der E3 verzichten. Alle Infos natürlich zur PS5 gibt es auf planation.de unter der entsprechenden Produktseite. Da könnt ihr euch nochmal informieren. Da kommen auch täglich neue Infos dazu. Ansonsten gerne bei uns unter Twitter oder Facebook schauen. Da gibt es dann auch immer regelmäßig die neuesten Infos zur PS5 und natürlich auch zur Xbox 2 oder wie auch immer die Konsole von Microsoft heißen wird.